Und diese Biene, die... Verdammt, sie kommen alle pünktlich immer wieder. Okay, 3, 2, 1, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu TTT. Mit allen aus dem TeePeeSuite und natürlich Darlukat. Und sie sehen die Sicht des besten TTT-Spielers EU-West. Ne, 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 ne. Alles gut, ich bin auch nicht gestorben. Alles klar, Peter. Ich dachte erst, ich würde sterben und deswegen... Es wäre so gar nicht, wenn Peter gestorben wäre. Während er das gesagt hat. Und sie sehen sich des besten TTT... Tja, Darlukat, hast du deinen Einsatz verpasst, du Traitor-Sau. Jay ist mein Kollege, der das auch machen kann. Ich hab Darlukat nicht direkt in dir. Okay, sehr gut. Aua, ich hab Damage bekommen, 50%... Hast du wirklich, und zwar vorm Strand irgendwo kam der Schuss. Ach, das war ein Sniper, oder was? Das war wirklich ein Schuss. Bram, du hast auch Schaden, ne? Ja, ich weiß, immer noch runterfallen. Der beste TTT-Spieler. Vom Strand irgendwo. Peter, Chan, Darlukat, da, du ist da. Kann ja nur Jay oder Christian sein, dann. Was? Da unten ist Blut. Da unten ist Blut am Strand. Bin ich am Strand, ich glaube eher, dass das was ist. Da unten ist Blut am Strand. Da ist er! Da, hinter dem Häuschen. Hinter dem Fischerhäuschen. Okay, Bram, bist du gerade gestorben? Ne, ne. Ich glaube es. Jay und ich wollen jetzt... Jay und ich wollen jetzt Siegeklicks machen. Ey, es kommt Sepp auch... Peter wurde weggefahren. Okay, Jay habe ich. Christian. Bram, du warst halt ich, da kann halt ja nur Christian gewesen sein. Ich bin... Ne... Wie soll ich denn hier gewesen sein? Mach mal die Leiche weg. Peter ist tot. Ja, hast du Peter nicht mit der Shotgun weggeballert, die ich ihm gehört habe? Nein, der wurde mit der Sniper gekillt. Der wurde auch mit der Sniper gekillt, ne? Also, war ein Shotgun-Schuss, aber war ein Sniper. Herr Bram. Was hast du jetzt so vor? Die Sniper will ich mal sehen, die Shotguns fischen. Was wird mir noch erlebt, wenn du da los bist? Schieß den mal weg. Gerade nicht. Ja, schon nicht. So, scheiße. Einzig doof ist, dass ich so gar keinen Schimmer habe, wo du bist. Ich bin auf der Insel, du nicht, oder? Also, du bist eher unter der Insel, kann das sein? Ja, doch nicht. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da ist das! So, nicht. Nice, Christian! Ja, holl, Christian Hansch. Wie warst du denn, wie bist du da aufgekommen? Was hat sich jetzt aus? Hey, muss ich aber noch mal ein bisschen üben. Mit der Sniper. Ja, das stimmt. Ich habe Peter bei 4 Minuten 59 angeschossen. Ja, das ist so ein Chroma Bug auf der Map. Ich habe versucht zu killen direkt. Ich habe das versucht, weil ich es nicht wahrmachen wollte. Ach so, ernsthaft? Scheiße, ich habe es nicht hingekriegt. Ich will mal kurz sagen, dass ich Dalu und Jay direkt am Anfang gecallt habe. Dalu hat mich auch gecallt. Ja, ich wollte sagen, dass ich, der hingecallt habe. Naja, stimmt, du hast recht. Da haben wir Jay einen epischen Diegel-Click-Battle geliefert. Ja, das war richtig episch. Nee! Das ist jetzt scheiße für dich, was? Nee, das ist nicht scheiße für dich. Ich mache es jetzt direkt weg. Du machst mich jetzt direkt weg. Ich mache dich direkt weg, Junge. Richtig hart. Ich habe ja schon 4-Damage gemacht. Bist du gleich direkt auf 1. Das guckt sich dann alles ganz genau an. Und? Lass mich jetzt ja nun mal raus. Okay, Sepp schießt absichtlich da gerne an. Soll ich dich lieber treffen? Warte. Werde ich jetzt keine Diegel? Lass mich nicht schießen. Einfach so just for fun, um zu gucken, was die dann machen. Ja, um zu gucken. Eskalation. Also mit die meine ich mich. Ich wurde teleportiert auf den Leuchtturm. Ich war unten am Strand. Bei den Waffen. Ich habe Ramm gemacht, glaube ich. Ja, der war toll. Hast du den gerade in Wallet gesetzt? Alter, du musst die Dinge ins Wegwer... Der andere steht auf dem Schiff, Leute. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Scheiße. Das ist aber ein Glück. Sehr guter Pollen, Alu. Nein, 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 nein. Ich muss doch hier... Choppen, Alter. Ah, habe ich. Was Sepp auch für Camper ist, weißt du? Da bleibt der eigentlich gar nicht auf dem Turm stehen. Werde ich wieder zu Unrecht beschuldigt. Alter, aber Christian, was war das denn für ein Klick? Da war bis sicher ein Glücks, muss ich sagen. Alter, da guckt der mich an, so halb. Es gibt nur ein Schiff hier. Aus dem Augenwinkel. Ja, weißt du, heute hat einfach gestimmt. Ich habe halt meinen Spinat-Trank heute Morgen getrunken, weißt du? Und erstens, weißt du, schnell geschaltet, selbst teleportiert. Ey, das ist ja brav. Und dann hat er unter der Schuss gesessen. Na, mega gut. Der Früschluss. Ja, der Früfft mir jetzt nicht. Was gab es mit dir? Das muss ich auch haben. Das ist das frühere Aufstehen durch Emma, Junge. Ich sag doch dir. Ich hab Emma... Ich bin heute um sieben Uhr schon bei einem Arzt, ja? Für Zahnreinigungen professionell, was Jay hatte. Oh, dann müsstest du tatsächlich früh aufstehen. Ich bin um sieben Uhr zuerst. Also, dass frühere Aufstehen, das ist, glaube ich, nicht. Das scheint da nicht zu sein. Ja, da hast du recht. Das macht mich fertig emotional. Ja, emotional. Ich hab heute Morgen erst mal 30 Minuten geweiht. Ey, soll ich einfach mal random killen? Ja. Wir werden mit nein. Woran merken wir den Unterschied zu den sonstigen Folgen? Ich weiß nicht, der Sepp steht AFK rum. Ich würde gerne wissen, ob der Trader ist, oder? Ich hab den schon versucht, riech du Wasser zu schubst. Was seid ihr denn für Assis, ey? Gibt's nicht. Hey, ich wurde vergiftet vom Turm oben aus. Turm oben aus. Turm oben aus. Turm oben aus. Turm oben. Bram und zappt den Trailer. Wieso sag ich denn zweimal? Oh, nicht. Halt besser. Jetzt wurde ja noch teleportiert vom Turm weg. Der ist unten, fuße des Turms. Wird dann zweimal teleportiert? Ja. Jetzt wird geballert. Jetzt macht mich, Peter. Ich treche nicht. Oh, Gott. Ich hab ihn gleich. Noch einer. Hab ihn. Ich sage es dir, Sepp. Hier gibt's keine Märtyrer. Sepp will mich töten. Sepp ist der andere. Sepp hat mich vergiftet. Sepp ist der andere. Der ist unten am Spawn. Strandspawn. Der ist ja immer noch. Der ist da in dem Fischerhütchen. Ja, er kriegt mal Herz ab. Der schießt zurück. Jetzt komm, Sepp. Er ist immer noch da und Käpt'n. Du kannst ihn pushen. Ja, ich bin ja vergiftet. Nein, ich darf das brauchen. Was heißt denn, der Teleport auch noch von dich erwischt? Das Geil ist, ich bin auch tot. Du bist durch den Teleport nicht gestorben. Ja, den muss ich doch auf die gute Alte Methode machen. Den musst du mit der Shotgun machen, Junge. Komm weg mit deinen Tricks, Alter. Ich bin wie ein Russe. Ich übernehme die Shit. Wat? Ja, du bist Petrov oder was? Ja, genau. Ich hab nicht mal so einen russischen Typen, der irgendwie 18 Mal getötet wurde, so vierteilt und vergiftet und alles. Und dann Ivan der Schreckliche. Und dann Ivan noch, oder was? Keine Ahnung. Nee, aber das ist doch die Sage von Ivan den Schrecklichen oder so. Ich glaub schon, ja. Ja, ich bin Ivan. Ladies and Gentlemen, mein Name ist Ivan, Junge. Peter, der Stick. Hallo, was ist das für eine Schweinerei jetzt hier? Das ist nicht gut nett. Nee, das stimmt. Ich kann nichts gegen sagen, hab ich dich erwischt. Ich sollte auch unnett sein. Ach, verdammt. Dann kann ich dir gratulieren. Ciao. Wie ciao. Christian wollte mit mir einen Aufzug, aber jetzt hab ich die Möglichkeit vor dem. Sepp, das ist nicht cool. Geh raus hier. Peter schießt. Oh shit. Der ist schon tot. Lass mich mal da durch. Wer ist jetzt tot? Der ist Bram oder Sepp? Okay, einer von den beiden ist es. Christian. Dalu hat Bram weggemacht. What? Okay, ich hasse alle. Ist doch schon alles scheiße hier. Niemals musst du mich treffen. NIEMAAAAUT BITCH 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 Das ist für eine Scheißweiß Sniper, ey Oh je Wie hoch war die Schocks? Okay, ein Drittel Aber trotzdem Nice gemacht, Peter Ja, danke Du standst ja genau vor mir Ja, ich wollte doch nur ne Waffe haben Ich wollte da raus Du hast mich dazu gedrängt zu schießen Das hatte ich nicht mit dem Aufzug gefahren Das stimmt Das ist zu Fuß gehen Ist einfach gesünder Achja Starload haben wir wirklich schnell gerockt Wir müssen mal hier auf die Bremse treten, halt geht doch so nicht mit uns War ne gute Runde Aber du hattest halt, du hattest auch Jay Also das ist noch ein bisschen einfacher gehabt Ich hatte Jay und Sam, damit haben wir ja wirklich Easy Mode Kinderspiel Jay hofft jetzt, dass er Traitor ist Damit er mich richtig lang wechseln kann Wenn Jay nicht am Boot ist, ist er Traitor Okay Bin ich wohl jetzt Traitor Ist blöd für dich Jay Ja, das ist echt blöd für mich Da wurde doch schon einer gerockt, oder? Nee Alles gut, ich bin nur hier rein Ich hab noch ein Fenster weggemacht Da sind doch Fenster gerockt gegangen Ich dachte ich hätte einen Schrei gehört Kann ich jetzt mit dir die Waffe haben? Alter Geht doch Wir sind hier drei Leute Ciao Bram, nein das war die Fall Oh Dann sind alle allein Wieso war das denn die Fall? Bram fällt mit dem Lift runter, wenn der Traitor unten ist Stirb so unten Dann Dann Ist aber nett, dass du die Infos auch schön weitergibst Damit die Leute auch schön Bram weg machen können Damit der Traitor sich auf jeden Fall unten hinschneckt Ja Da du Du Sau Sepp wollte mich dann mit der Disco killen Ja komm, Bram wieder hoch Hast du an solche Infos springen, außer den Traitor Sepp, erzähl mir doch mal lieber, warum du mich dann mit der Disco vorm Schub schmeißen wolltest Du warst doch gar nicht mehr oben Ich bin oben Äh, ne Melle, er hat uns ne Melle gelegt Bram ist es Nee, nee, ich bin doch im Aufzug Nee, nee Dann hat der im Aufzug eigentlich nicht Ja, auf jeden Fall Ich fahr wieder hoch Dann lässt er die, dann lässt er die hochfahren Und hofft, dass ich da wieder reingucke und sterbe Ja, und ich sitze wieder im Aufzug Was war das denn? War es mit der Mellen? Dalu ist explodiert Ja, ich wart nicht Peter ist übrigens da hinten drauf Ich sitze wieder im Aufzug Ach, deine Mutter ist sattig Wollte ich noch mal kurz sagen, ne Peter ist nicht der andere Peter ist ruhig und schleicht sich hier durch die Gegend Jay Ja, Dalu lebst du noch? Ja, Peter Du bist ein Bongo Du bist ein Bongo Ich glaub Dalu ist der Mellen Aber guter Call Bram wart Ich wart nicht Ja, natürlich warst du das Der wird aufzug nicht einmal verlassen Ja, natürlich warst du das Vielleicht war das Christian Ja, vielleicht war das Christian Ja, aber der, du Das ist direkt am Ausgang Christian war Traitor und ist auch tot Christian ist selber umgegangen Ja, und wenn Christian Direkt daneben steht Wie wär, wenn der das dann gewesen ist? Ja, aber hier ist der Ausgang von dem Aufzug Und du fährst die ganze Zeit hoch und runter Ja, Jay, also fick dann runter Leg dich um Hä? was? Christian ist hier! Ah, er hat den Fäckchen gelegt. Wer zum ist möglich. Ich weiß aber nicht, wo der hin ist. Nein, ich wurde teleportiert. Christian und... Sepp, lebst du noch? Ja. Ram, lebst du noch? Jetzt bin ich verwirrt. Da hat sich einer geheilt, Peter. Okay, pass auf. Die sind beide am Strand gewesen, spawnen. Okay, der eine war, glaube ich, in dem Holzhaus, wo man oben ins Dach reinkann. Also wir beiden, Peter, und... Ja, ja, wir beiden und Christian und Bram. Da sollte ich mich doch so offen wie möglich hinstellen, damit die mich wegficken können. Smart. Die sind beide im Turm! Im Turm! Mama! Alles gut. Weißt du, rennst du mich, wo Sepp ist? Ja. Oh ja, ich auch. Oh shit! Ach du auch! Lauf, kleine Schäfchen! Lauf! Hallo! Nice, Sepp. Ich hab' ja richtig ge-callt, diesmal wieder, ne? Christian und nicht, Peter haben gedacht, und... Alles richtig hundertprozent, Jane. Ich hör' nächste Runde auf dich. Aber Sepp, ich hab' den nicht gekillt. Christian hat mich angezeigt bekommen, wenn sich, ähm... ... als Sepp mich, äh, confirmt hat. Habt ihr da nicht angezeigt bekommen, dass ich doch noch lebe? Eigentlich im Scoreboard hat man's gesehen, ja. Ja, haben wir natürlich alle drauf geachtet. Also, Trader-Kollege, nicht die Fake-Leiche, confirm. Nee, da war ich nicht, war Sepp. Ja, genau, du warst ja auch nicht mein Trader-Kollege. Gerade eben schon. Achso, Moment. Ich dachte, der ist mit Brom. Ich dachte, der ist mit Brom gewesen. Ah, nee, das ist gut. Dalu, 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 Dalu. Dalu. Wenn ich Trader gewesen wäre, wäre ich mit reingegangen. Ich weiß. Dalu ist safe. Oh, Peter. Dalu ist safe, Peter. Moment, Dalu ist safe. Ist das innocent, oder? Moment, Dalu ist safe, Peter. Dalu ist nicht safe. Nein, Peter. Verdammt, ihr... Wann führst du denn vor mir? Peter hat eine Mellin gelegt, Peter hat eine Mellin gelegt. Hab ich nicht. Alter, ich schwör auf meine Mutter, Junge. Oben im Turm ist eine Mellin gelegt worden, direkt an den Treppen. Okay, war ich nicht, aber gut zu wissen. Christian ist da reingelaufen. Aber du bist doch hinter mir hergekommen, Peter. Das kann doch gar nicht sein. Wo bin ich hinter dir hergekommen? Ich bin hier oben gespawnt, du Lava-Sack. Alles, die ist explodiert. Peter, bist du tot? Warum bist du gut mit Christian? Weil du mich angeballert hast. What the fuck? Ich dachte, Bram wäre da oben gewesen. Doch. Als ich da reingelaufen bin... Nein! Sepp oder Peter ist auf jeden Fall Trader, weil es die einzigen beiden sind noch im Leuchtturbo. Wenn du im Kreis läufst... Ich muss ja eigentlich... Sehr gut. Daru, sehr gut. Ich bin jetzt der Nächste, als Nächste so. Komm nicht auf mich schießen jetzt. Naja, okay, dann schieße ich auf dich. Nicht auf mich. Bist du blöd? Shit! Okay. Scheiße. Ja, du hättest mich ja verarschen können. Hätte ja jeder sein können. Warum kommst du denn hier hoch? Was soll denn die Scheiße? Hier liegt der Traitor, fuck. Nein, nein. Peter. Wer ist der andere? Christian. Christian. Auf jeden Fall. Deswegen hat Jay mich auch auf 50 ab hier geballert. Ich hab dich nicht abgeschossen. Was ist denn jetzt passiert? Ich hab keine Ahnung, wo jetzt passiert ist. Ich hab auch keine Ahnung. Also... Christian ist irgendwie gestorben. Ich weiß noch nicht wie. Ich hab damit viel mit zu tun. Okay Jay. Ich hab damit viel mit zu tun. Oh. Ich glaub ich weiß, wo Christian ist. Der chillt gerade. In den Stücken. Keine Ahnung, was hier los ist. Der ist im Wildzug. Alter. Sieht so an, als ob der am ruckcrouchen wär. Ja. Oh. Ich fang richtig gut an hier. Peter! Oh, scheiße. Läuft nicht so. Läuft das nicht so häufig. Ja, Peter. Was machen wir denn jetzt? Ja, du musst irgendwie mich umbringen. Ja. Ja. Was mag ich jetzt? 40 Sekunden. Okay. Dieser Name. Deal. Gott. Ich bin sehr gespannt auf die Story, wie Christian gestorben ist. Aber wir nicht entgegenkommen. Was? Mir nicht entgegenkommen, bitte. Okay. Ist ein Deal. Okay. Alter. Hört sich an, als ob der ganze Cristiano crouchen wär. Seine Leiche crouch wäre. Ist er mittlerweile. Geturnt. Okay, was hat der da vor? Oh. Okay. Was passiert hier? Ich höre die ganze Zeit... Oh. 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 Okay. Und verbrannt immer nur... Was ist hier los, ey? Hä? Hm. Hm. Also komm. 40 Sekunden sind vorbei. Okay. Warte, was macht der die ganze Zeit? Oh. Oh. Verdammt. Oh. Oh. Ich hab's gesehen. Oh. Du hast den Knopf aber auf 6 oder 7 mal gedrückt, so, ey komm, warum geht das nicht, warum geht das nicht? Weißt du, wie das halt so ist? Weißt du, ich dachte, der auch so steht da und drückst, weißt du, warum geht das nicht? Dann bin ich platt gedrückt, boah. Ja, sorry, Dalu, aber komm nicht einfach da hin, Alter. Ich sag dir, wer ein Traitor ist und sag, ich komm jetzt so. Ja, dann komm, das machst du auch immer, wenn du Traitor bist. Und dann schießt der mich ab. Also, komm jetzt hier nicht so, ey. Und jetzt lass ich mich nicht mehr verarschen. Passiert ja nicht. Ich bring dich auch um, wenn du Innocent bist. Ist mir egal. Das war TTT. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.